Die sich dort jetzt... Jawohl! Ach, schön. So. Denkpausen tun immer wieder gut. Und uns fehlt ja nicht mehr viel. Hops! Jetzt. Na, das war kacke. Kommando zurück. Ah, da war's doch. So. Und hopp. Hm, hm. Jetzt. Perfekt. Naja, fast. Komm schon. Und hopp. Jawohl. Wunderschön. Wunderbar, wunderbar. Und weiter geht die Action. Nein. Oh Gott. Was macht das hier? Magnet an. Und Schwerkraft aus. Und hopp. Oh, verdammt. Ich hab da etwas ganz Übles im Sinn. Die Schwerkraft ist aus. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Mit anderen Worten. Ich muss hier anschalten. Der Magnet ist an. Brauche ich hier eine Kiste? Ja oder nein? Nein. Hm. Wie komme ich hier weiter? Ich hab hier einen Magneten. Ich mach das mal an. Und das hier aus. Ah, ja. So weit, so gut. Aber der bleibt. Der linke Block muss oben bleiben. Erstmal mach ich den da mal an. Und jetzt das hier. Jetzt mach ich das aus. Der Magnet gilt für oben. Ich mach den nochmal an. Und hopp. Aus. Wenn ich jetzt den ausmache. Gehen beide runter. Und da. Ich muss echt nachhören. So. Ha. Das ist noch alles Spielerei hier. So. Vernunft ist nichts. Gefühl ist alles. So. Dann hätten wir auch das hier bravourös gemeistert. Oh nein. Und es regnet immer noch in Strömen. Und ich muss hier rüber. Irgendwie. Hopp. Ja. Ab in den Himmel. Schön. Oh shit. Oh ja. Schaff ich nicht. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Okay. Ich hab ne andere Idee. Mal sehen ob's klappt. So. Jetzt haben wir nur ne Spielerei. Und hopp. Ja. 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 Perfekt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gut. Das mit der Spielerei hätte ich schon mal. Kein Problem. Ganz easy. So. Dann wartet man. Jetzt. Okay. Das wiederholen wir nochmal. Hopp. Jetzt. Komm schon. Nein. Das war zu früh. Okay. Ich lass ganz ausrollen. Jetzt. Jetzt. Ja. Hopp. Und hopp. Sehr schön. Und nun die Dächer hier runter. Und hier am. In die Tiefe. So. Hopp. Ich hab's gesehen. Da unten ist ein Seil. Hopp. Aber wie rankommen? Muss ich hier überhaupt? Oder muss ich hier runter? Au. Okay. Da ist ein Seil. Aber wie komme ich da am geschicktesten ran? Hopp. Wie rankommen? Wie rankommen? Wie rankommen? Vielleicht mit Sprung? Ah. Hopp. Und hopp. Hopp. Jetzt wo sie nur noch den richtigen, passenden Sprungrhythmus haben. Das war nichts. Und hopp. Und hopp. Es wird schwer. Weil das so nichts wird. Und hopp. Und hopp. So fliege ich bloß in die Säge rein. Und hopp. Und hopp. So fliege ich auch in die Säge rein. Aber da ist ein Seil. Und hopp. Und hopp. Ja, fast. Und hopp. Und hopp. Ich darf nicht zu früh abbremsen. Ich bremse immer ab. Und hopp. Und hopp. Fast. Und hopp. Und hopp. Ja, das war nichts. Und hopp. Und hopp. Das war auch nichts. Oder muss ich warten, bis die Säge weiter oben ist?